Seit ich dich das erste Mal sah, ist mein Verstand nicht mehr ganz klar. Uns nur im Ansatz bekannt, dachte ich, wir wären seelenverwandt, du und ich. Ich träumte zu den Wolken hinauf, die Bauchlandung folgte rauf. Enttäuscht und leicht frustriert, wurde daraufhin schlecht kommuniziert. Auch wenn du das vielleicht anders siehst, glaube ich nicht, dass sich diese Spannung löst. Ich kann nur sagen, was in mir vorgeht und hoffen, dass du dies verstehst. Ich möchte wissen, wer du bist und was deine größte Freude ist. Warum meine Gegenwart dich bedrückt und dich das Tanzen so entzückt. Ich weiß, ich sollte mehr riskieren, um meine Gefühle zu relativieren. Was ich für dich wirklich empfinde, ist noch gar nicht abzusehen. Nein, nein, aber du weißt, ich bin ein Stier und kannst dies offentlich verstehen. Du hast eine faszinierende Art. Schade, dass ich noch keinen Zugang fang zu deinem Wesen, das dich berührt. Für wäre Freundschaft mit dir wert. Kann sein, ich bin lebt und siehe nicht viel, aber wäre Freundschaft nicht tanzt. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, wer du bist.